Und Viktoria hat folgendes geschrieben. Hallo, Firstname. Ja, ich heiß gar nicht Firstname. Da fängt es schon an. Hallo, Firstname. Ich wünschte wirklich, ich könnte dich jetzt überlegen. Ist das okay mit dir? Ja. Wie reagiert man? Viktoria möchte mich also überlegen. Das klingt ja im ersten Moment schon mal irgendwie ganz geil.